Jetzt. Du sollst dich erst mal setzen. Hallo Franz, ihr seht heute die wahnsinnig exklusive Weltpremiere meines neuesten und ersten Karnevalslieds der Welt. Guck mal her, Peter. Zum Karneval, Pasching, fast nach Fastelobend 2023. Komm zu mir. Die Anja, die Anja, die hält sich nen Piranha im Goldfischglas, im Goldfischglas. Am Abend kommt der Wanya und besucht die Anja und den Piranha im Goldfischglas. Die Frauke, die Frauke, die isst Salat mit Rauke und Eierstich. Ja, sie liebt Eierstich. Am Abend kommt Herr Brauke und sucht die Frauke und isst mit ihr Salat und aus dem Töpfchen Eierstich. Peter, hast du die Gitarre überhaupt mit drauf? Bis jetzt noch immer. Drittesrufe. Das ist jetzt für Erwachsene. Das quatscht halt immer dazwischen. Der Klaus, der Klaus, der zieht sich. So, genau. Oh Mann. Oh Mann, lass da rein. Vorführeffekt? Nein, wir machen jetzt nichts. Ich wollte das Straf nicht mehr singen. Der Klaus, der Klaus, der zieht sich gerne aus, denn er ist FKK-Aktivist und seine Frau, die Seehörer, die findet das sehr schön, denn sie ist eine Bäuerin. Ende. Also nur das fünfte, letzte Lied. Willst du nur sagen? Ja? Ja. Ja. Ja.